Die Expo Transkultur ist ein Verein, das fordert Integration durch Kunst. Wir suchen interkulturelle Beziehungen mit Leuten zu fordern und das bedeutet, ein Ort, irgendwo Leute können treffen und mitteilen, was sie denken über Migration, über Anpassung, über, wenn du nicht in deinem eigenen Land bist. An der Ausstellung ist es wichtig für uns, dass es eine Interaktion zwischen den Künstlern, den Teilnehmern und dem Publikum gibt. Einhalb dieser Teilnehmer sind nicht richtig Künstler. Es gibt Leute, die Businessmen sind, es gibt Leute, die einfach Hausfrauen sind. Unser Ziel ist, Leute zusammenzutreffen, zusammenzubringen, sodass wir eine interkulturelle Gesellschaft bauen können. Unser Ziel ist, ein besseres Zusammenleben zu haben. Kunst hilft. Das ist alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017